Gestern haben wir eine massive Rallye der Wall Street gesehen, die dann alle anderen Aktienmärkte mitgezogen hat. Aber diese Rallye, speziell an der Wall Street, die hat einen ganz üblen Beigeschmack. Und warum das so ist, das will ich in diesem Video Ihnen zeigen. Und starten wir zunächst mal mit der Aussage, dass wir eigentlich ja wahrscheinlich die größte Wirtschaftskrise seit 90 Jahren haben. Also seit der Weltwirtschaftskrise. Aber der Nasdaq hier in Gestalt des Triple Q, also des maßgeblichen ETF auf den Nasdaq, keine 4% mehr von seinem Allzeithoch entfernt. Wie passt das zusammen? Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Aber zunächst schauen wir uns mal an, wie hart diese Wirtschaftskrise vor allem in den USA ist. Ich hatte gestern das Atlanta Fed GDP Now gezeigt. Also praktisch ein Realtime-Ticker, wie das BIP der USA im zweiten Quartal ausfallen wird. Aktuell bei minus 42,8%. Wenn wir uns mal die Einschätzung in anderer Institutionen anschauen, wie es aussieht um das US-BIP. Da liegen wir da im günstigsten Fall bei TS Lombard bei minus 23% und im schlechtesten Fall eben bei 42,8%. Atlanta Fed oder Barclays mit 42,0% Durchschnitt vielleicht zu 30, minus 35% und da kannst du ja als Wall Street auch mal schnell auf der Allzeithoch steigen. Das ist ja kein Problem, weil es kann ja noch viel, viel schlimmer kommen. Und dadurch, dass es nicht schlimmer gekommen ist und man die Fed hat, ist natürlich alles super gut. Schauen wir uns mal an, wer gestern da profitiert hat. Es sind vor allem Small Caps, Russell 2000 oder S&P Small Cap 600, 6,79%. Es ist der Energiesektor, weil der Ölpreis gestern gestiegen ist. Der Ölpreis wiederum ist gestiegen, weil die Aktienmärkte gestiegen sind. Die Aktienmärkte sind gestiegen, weil der Ölpreis gestiegen ist. Also das ist so ein bisschen selbstreferenziell. Also hier sehen wir, dass da einige richtig abgegangen sind. Viele, viele Milliarden an Marktkapitalisierung sind da dazugekommen weltweit. Da sind also einige Menschen ein bisschen reicher geworden. Und das erinnert jetzt so ein bisschen an den 29. April mit der Geschichte Gilead Sciences und Remdesivir. Damals hatten wir auch ein massives Gap von 55 Punkten. Gestern hatten wir beim S&P 50 Punkte, also fast genauso viel wegen dieser Wundergeschichte von Moderna, zu der ich gleich noch komme, denn die hat es in sich. Jedenfalls sehen wir hier, dass massiv da reingekauft wurde. Angeblich, weil hier so richtig tolle Fortschritte erzielt wurden, hören wir noch von Fortschritten bei Remdesivir. Eher nicht, dazu gleich mal mehr. Jedenfalls, und das ist das Interessante, Moderna, die angeblich gestern diese tollen Fortschritte erzielt haben, die haben dann mal Standepede kurz nach Börsenschluss neue Aktien auf den Markt geworfen, um damit 1,25 Milliarden Dollar einzusammeln. Angeblich, weil man das ja bräuchte, um hier diesen tollen Impfstoff, an dem man ja arbeitet, mit 45 Testpersonen, das ist an sich schon ein Witz. Jedenfalls hat man da 1,25 Milliarden Dollar eingesammelt, angeblich, um da weiter in die Forschung investieren zu können. Und andere US-Biotech-Firmen haben es eben so getan. Da hat man geradezu eine Flut von neuen Aktien, die auf den Markt geworfen wurden, gesehen. Da sollen jetzt also schön die Investoren reingehen. Da dient eine moderne Meldung, wie wir haben Fortschritte erzählt, in Sachen Endstoff natürlich als absoluter Antreiber. Das ist ein, naja, ein Incentive, wie man sagt, ein Köder, könnte man sagen. Und schauen wir uns mal den Herrn an, Stéphane Barcel, der hier CEO von Moderna ist, der gesagt hat, ja, very exciting data, sehr aufregende Daten, etc., etc. Aber wenn wir uns mal die History von diesem Monsieur Stéphane Barcel anschauen, dann sehen wir, dass das ein sehr ausgeprägter Verkäufer seiner eigenen Aktien ist. Da hat er sich schon öfter sehr aktiv betätigt. Und einer oder der große Investor in diese Firma Moderna, der Stéphane Barcel als CEO vorsteht, ist Flagship Pioneering. Und wie man sieht, ist der CEO von Moderna, nämlich Boncel selbst, auch ein Anteilseigner von Pioneer Engineering. Das heißt, das ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich da einkauft, wo Boncel Chef ist. Er selber ist dann auch noch schön beteiligt an dieser Beteiligungsfirma. Und nicht nur das, sondern er ist auch an vielen anderen Firmen beteiligt, die die Aktie gekauft haben. Das ist also so eine Art Karussellgeschäft, könnte man sagen. Und hier, Boncel wird deswegen schon verglichen mit Elizabeth Holmes, die ja hier diesen Scam geleitet hat, den Sie vielleicht kennen. Das war ja eine Riesen-Story, dass sozusagen hier eine Betrügerin praktisch in einem Pharmaunternehmen ganz weit oben war. Und das Ganze hat so ein bisschen ein Geschmäckle von Karussellgeschäften. Das ist im Prinzip ein Selbstbereicherungsmechanismus, der da passiert. Das heißt, hier bereichert sich jemand an der Wall Street selbst und ein paar andere Jungs und Freunde. Und gleichzeitig werden damit Milliarden an Marktkapitalisierung geschaffen. Das ist wunderbar. Die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, die ist natürlich da jetzt nicht gerade wach in dieser Hinsicht. Das sind Beamte, die nach Schema F arbeiten, die schon bei Tesla, was da gelaufen ist, überhaupt nicht genau hinschauen. Also, das ist eigentlich ein Scam, ein Betrug. Das ist zumindest ein Selbstbetrug, der Wall Street, der da läuft. Das muss man sich einfach mal klar machen. Schauen wir dann mal an, was gestern da noch passiert ist. Gott Gottlieb, der, wenn man so will, Coronavirus-Papst in den USA neben Fauci, der hat dann auf CNBC diese Ergebnisse als sehr, sehr früh, sehr, sehr, naja, nicht wirklich aussagekräftig bezeichnet. Daraufhin ist der Aktienkurs von Moderna gefallen. Aber die breiteren Aktienmärkte haben darauf überhaupt nicht reagiert. Da ist man dann schmerzfrei. Und wie gesagt, Remdesivir von Gilead Designs, jetzt schauen wir uns das mal an am 29. April. Da ging es ja mit dieser Hoffnungsmeldung. Wir haben ganz tolle Resultate erzielt, massiv nach oben. Inzwischen ist es nicht mehr so schick, sowohl Gilead, der Kurs von Gilead steht jetzt deutlich tiefer als am 29. April. Also kurz vor dieser Remdesivir-Meldung. Gleiches gilt auch übrigens für den Dow Jones. Sei es drum. Hier kommen wir zu einem anderen Thema, nachdem wir diesen üblen Beigeschmack einmal ein bisschen thematisiert haben. Dieses Thema ist der Handelskrieg, der fröhlich weiter wabert. Wir sehen hier, dass die Nasdaq jetzt die Bedingungen verschärft, womit neue Firmen IPOs machen können an der Nasdaq, also praktisch sich an der Börse Nasdaq listen können. Und es sind vorwiegend ja in der Vergangenheit chinesische Firmen gewesen, die sich da gerne gelistet haben. Teilweise dünnstvolumig, wo ein paar Eigentümer sich hier praktisch hier die Bälle selber hin und her geschoben haben. Das will man jetzt verhindern. Aber auch das ist natürlich eine sinnvolle Aktion, denn da wird auch viel Betrug gemacht. Da ist auch viel übler Beigeschmack. Aber das ist natürlich auch eine Stoßrichtung hier gegen China. Genauso wie jetzt Donald Trump droht, ultimativ droht, die ausgesetzten Zahlungen endgültig auszusetzen und auszutreten aus der WHO. Mit Verweis, dass die WHO eben sehr stark von China dominiert sei. Inzwischen nicht die amerikanischen Interessen vertreten in irgendeiner Form. Und Donald Trump weiß eben ganz genau, dass die Amerikaner sehr stark antichinesische Ressentiments derzeit haben. Zwei Drittel der Amerikaner haben eine sehr unvorteilhafte Sicht von China. Und China kallt zurück in Gestalt von Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times. Der sagt, der Präsident Trump führt den Kampf gegen die Pandemie mit einer Art Hexerei. Denn Trump hat gestern offiziell gesagt, ja, er nimmt Hydroxychloroquine, eigentlich ein Antimalaria-Medikament, um kein Covid-19 zu bekommen. Es gibt keinerlei Nachweis, dass das irgendwie was bringt. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen eben Hexerei und Magie. Und Hu Xixin teilt da aus und sagt, ja, der Präsident der USA glaubt offenkundig an Hexerei, während inzwischen über 90.000 Menschen gestorben sind in den USA. Heute über eineinhalb Millionen Infizierte im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und Infizierungen. Dann haben wir noch die Aussage von Zoom, dass man hier den freien Service in China einstellen wird. Auch das ein Teil des Handelskriegs. Zoom ja lokalisiert in Kalifornien, hat aber auch gutes Geschäft bisher in China gemacht. Das wird jetzt schwieriger, weil die Amerikaner, die Regierung sagte, lass das mal besser. Zoom ist übrigens inzwischen mehr wert, als alle großen Fluglinien der Welt zusammen. Wir sehen hier, die amerikanische Fluglinie bringt immer noch 14 Milliarden auf die Waage. Die Lufthansa mal gerade 3,87 Milliarden. Aber Zoom ist inzwischen mehr wert. Auch das ist sprechend. Und in seinem Handelskrieg sehen wir, dass in den letzten Wochen Milliarden aus dem chinesischen Aktienmarkt abgeflossen sind. Nämlich 6,2 Milliarden in sehr kurzer Zeit. Zufall oder sind das amerikanische Gelder? Das ist die Frage. Und gleichzeitig steigt die Verschuldung in China massiv. Wir sehen, dass jetzt Ende März 2020 hier die Bäume nach wie vor in den Himmel wachsen. Und China insgesamt jetzt eine Verschuldung hat von über 300 Prozent des BIP. Dagegen ist Griechenland ja geradezu solide, muss man sagen. Aber das gilt für die Amerikaner auch. Die sind auch da ziemlich schmerzbefreit. Apropos China. Wir sehen jetzt das in der Provinz Xilin im Norden oder nördlich von Nordkorea gelegen. Praktisch im Nordosten des Landes. Dass da 108 Millionen Menschen wieder unter Lockdown sind. Also deutlich mehr als die deutsche Bevölkerung in dieser Provinz. Weil eben Neuinfektionen aufgetreten sind. Weil eine zweite Welle aufgetreten ist. Und das ist genau das Thema, was sozusagen für die Aktienmärkte nochmal ein Punkt werden könnte. Aber kommen wir mal zu den Aktienmärkten. Zu denjenigen, die gerne unter üblem Beigeschmack steigen. Wir sind jetzt das erste Mal seit Anfang März wieder überkauft beim S&P 500. Wir haben gestern gesehen, dass zu Handelsbeginn der Wall Street so viele Aktien an der New York Stock Exchange gestiegen sind. Wie noch nie in der Geschichte. Als praktisch die Kassamarkt eröffnet hat, sind fast alle Aktien gestiegen. Das war die höchste Zahl an Aktien, die jemals gestiegen ist, zu Handelsbeginn. Und wie Sven Henrik hier richtig sagt, was heißt eigentlich don't fight the Fed? Kämpfe nicht gegen die Fed. Kämpfe nicht gegen den Fed Put. Jemand, der das sagt, der muss doch zugeben, dass die Aktienmärkte und Aktien deutlich niedriger bewertet werden müssten. Wenn es diesen Fed Put nicht gäbe, wenn es die Unterstützung der Fed nicht gäbe. Und die Frage ist, was hat das dann noch mit Kapitalismus zu tun? Zumal jetzt eben diese Aktienmärkte in den USA wieder 142% der Marktkapitalisierung haben in Relation zum BIP. Als wir im Februar auf dem Allzeithoch waren, waren es glaube ich 158. Also wir sind da schon wieder direkt auf dem Weg dorthin. Schauen wir uns mal an, was die Aktienmärkte jetzt so wunderbar veranstalten. Was wir hier sehen, ist der Nersdeck, der zunächst mal gestern schwächer war, dann aber mit aufholen konnte. Wir sehen relativ wenig Bewegung in Asien. Das zeigt sich auch beim S&P, der aktuell bei 2956 ist. Was macht der DAX? Der ist bei 11100 Punkten. Ich wollte Ihnen noch zeigen, das habe ich gerade ganz vergessen, warum der DAX so gut hatte steigen können. Und vor allem auch der Euro, das liegt, weil praktisch Merkel und Macron 500 Milliarden Euro zur Verfügung stellen wollen für ein EU-Wiederaufbaufonds. Allerdings ist Voraussetzung, dass da alle zustimmen, alle EU-Mitglieder. Und die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen null. Gestern hat der Österreicher kurz schon gesagt. Also sind wir nicht dafür. Ich wollte Ihnen auch noch zeigen, dass er heute im ZDW-Index ist, der ja in wundersamer Weise im April gestiegen war. Und wir haben, um die Euro-Dollar-Stärke zu erklären, auch noch eben die Situation, dass die Renditen für US-Staatsanleihen angestiegen sind, jetzt an einer wichtigen Marke sind. Aber zurück zu den Charts. Wenn ich schon mal dabei bin, hier sehen wir eben den DAX, der beflügelt durch diese Rettungsaktion von Macron. Dann über die 11100er Marke steigt. Mal schauen, wie weit es noch geht. Was macht Gold eigentlich in den Charts von Capital.com? Da sehen wir das gelbe Edelmetall bei 1734. Und was haben wir noch? Crude Oil. Das kann weiter steigen auf 32 Dollar. Zumindest hier dieser Kassapreis. Andere stellen 11 Dollar als Kassapreis. Kommt drauf an, wie man eben die Futures hier mit einbezieht. Denn Öl wird ja eigentlich nur als monatlicher Future gehandelt. Also derzeit läuft jetzt am Mittwoch der Juni-Kontrakt aus. Nächsten Monat dann der Juli-Kontrakt, August-Kontrakt und so weiter. So gibt es also viele Kontrakte. Und jedenfalls sehen wir hier, dass der Ölpreis zunächst mal noch nach oben läuft. Und klar, wir haben jetzt vielleicht nicht mehr diese Überversorgung mit Öl, wie wir sie auf dem Hochpunkt im März hatten. Aber wir haben nach wie vor eine deutliche Überversorgung mit Öl in Relation zur Nachfrage nach Öl. Das ist das große Problem. Also gestern eine ziemlich saftige Rallye. Zunächst wegen der Fed, wegen den Aussagen von Jerome Powell. Aber dann vor allem wegen diesem Impfstoff, angeblichen Impfstoff von Moderna. Das alles hat einen üblen Beigeschmack. Es hat auch einen üblen Beigeschmack, was die Fed da macht. Denn irgendwann wird die Rechnung dafür bezahlt werden. Es gibt kein Freelunch, auch im Zentralbankbereich nicht. Und das werden früher oder später die Märkte erkennen müssen. Und die Investoren erkennen müssen. Und da werden wir dann noch mehr finanzielle Repression haben, als wir es ohnehin schon haben. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesem Sommer. Heute Dienstag, jawohl. Also, macht es gut. Servus, ciao.